hey liebe tigler your weekly dose of crossfit mit einer verrückten woche willkommen vor allem aus dem chewbacca workout und jetzt geht es richtig rund am montag wir starten mit split squats sehr sehr gute übung mit barbell also mit stange und dann eine unilaterale bewegung sehr sehr gut um squat ungleichheiten auszugleichen sehr sehr schöne training session hier drin mit einem finisher hinten raus vor time 20 15 assault bei kalorien oder 30 20 row kalorien und 50 overhead plate jumping lunges oder overhead reverse lunges da es kommen wir einfach sehr gut in den montag rein der dienstag ebenfalls eine wunderschöne training session mit 1 zu 3 2 1 minuten von row assault bike und double anders oder single anders aber heute ist die zeit des springens mit dem seil die übungszeit denn wir machen eine minuten row eine minute bike eine minute springen zwei minuten zwei minuten zwei minuten springen drei minuten drei minuten drei minuten springen und dann wieder rückwärts das heißt wir zählen heute die kalorien auf bike und auf rudergerät bedeutet das springen ob ihr eine wiederholung oder 20 wiederholungen hinbekommt ist egal das heißt für alle die sagen ich würde gerne double anders probieren testet es wunderbar aus heute ist an dem dienstag die richtige zeit dafür und jetzt für die schon eine weile bei uns sind die wissen was kommt für die die es noch nie gemacht haben herzen glückwunsch zu diesem mittwoch wir machen die light version von einem workout das wir als testing workout immer mal wieder reinbringen es heißt fms ich möchte es gar nicht sagen es heißt f my shoulders mit anderen worten die werden verdammt müde und ja es ist ein emom every minute on the minute und alles was da steht muss in eine minute rein das heißt in der fitness kategorie normalerweise waren es immer mit der leeren stange ganz wichtig push press wir geben dieses jahr die variante pike push ups dazu also sechs pike push ups oder push press sechs sit ups auf dem auf der app mat und sechs thruster ebenfalls mit der leeren stange alles nah beieinander 666 in einer minute jetzt wollen wir uns ein bisschen fiese haben in der ex kategorie wenn ein paar bewegungen funktionieren fünf handstand push ups sechs toes to bar sieben thruster alles in einer minute und das workout geht so lange wie man es schafft die sache innerhalb der minute zu machen schätzt euch richtig ein wenn ihr andere gewichte nehmt als die die vorgegeben sind oder etwas verändert davon schreibt es euch ganz 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 genau irgendwo hin damit ihr beim nächsten mal es wieder machen könnt wollt ihr an diesem mittwoch ein maximal so 15 minuten werden wir geben ein 15 minuten workout haben dann rate ich euch die fitness variante zu machen egal wie fit ihr seid wie stark ihr seid und was alles funktioniert es ist ein wirklich grandios fieses workout wenn ihr sagt ich möchte mich austesten dann ärgert euch nicht wenn es gegebenenfalls nur 456 minuten geht ihr werdet trotzdem am boden liegen wir testen ja alles vorher aus ihr werdet die richtige variante finden sehr sehr cooles workout wenn es vor allem noch nie gemacht habt donnerstag mit deadlift snatches broad jumps und rope climb ganz bewusst ein unterschied es ist ein chipper den wir hier machen mit 47 32 21 9 wenn ihr sagt nicht alle bewegungen davon sind sogar so hundertprozentig meins dann haben wir der fitness variante die möglichkeit drei runden zu machen das sind mit 15 dumbbell deadlifts kommen wir auch auf 45 dann insgesamt aber es ist nicht so viel auf einmal dass man alles so viel abarbeiten muss sondern in runden variante kommt man da besser rum auch eine möglichkeit aus den city drop klats in der fitness variante rope klats zu machen dann hat man nicht neun am ende und das geht nicht sondern man könnte praktisch diese 15 10 10 3 für drei runden machen und versuchen rottlamps auszuprobieren wenn das die richtige variante ist das heißt da habt ihr wieder die freie möglichkeit euch auszutesten der freitag ein trick workout ein klassiker sind die kombiniert mit farmers carry sind die ist nichts anderes als fünf ring rolls oder pull ups zehn push ups 15 airsports und wir machen fünf runden von sind die oder sind die leid und dann 200 meter heavy farmers carry vier runden sind die 200 meter farmers carry drei runden 200 meter zwei runden 200 meter eine runde 200 meter dadurch wird das walkout unglaublich lange aber es wird eine richtig feine nummer auch viel zum üben welche sagt pull ups ist mein ding zum üben vielleicht ein bisschen leichter in farmers carry gehen da habt ihr wieder eine schöne variante jetzt kommen wir zu dem iwt samstag am 31 juli und ab dieser woche geht es los ab ende juli das iwt programm wird geschrieben von unserem besten von flixi der flixi schreibt ab sofort das iwt für euch freut euch darauf auf richtig knackige workouts hier gehen wir durch mit einem m rep 9 minuten 2 minuten rest m rep 9 minuten 2 minuten rest m rep 9 minuten viel viel drin was ihr machen könnt in jedem m rep ist es ein 15 12 963 schafft man es da durch zu kommen hat man immer noch die möglichkeit und darum geht es nämlich airbike kalorien zu machen run meter zu machen und rowing kalorien zusammen und das ist das ziel dieses iwts freut euch drauf richtig coole nummer die wir da am samstag haben und am sonntag ein bisschen slam ball fun run für 200 meter und dann in der remaining time m rep gh dies und das mit pause ähnlich einem ähnlich zwar am samstag und sonntag ein bisschen iwt style für drei runden und dann nochmal 400 meter run und in der remaining time von vier minuten m rep slam balls ebenfalls mit einer pause für drei runden knaller woche für jeden was dabei baut euch die richtigen tage viel spaß dabei ihr werdet fitter ihr werdet schöner ihr werdet besser und ihr habt eine ganze menge spaß im tiegel wir freuen uns auf euch bis kommende woche